Musik 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 Soll ich Licht anmachen? Alex film das Oh fuck Oh shit Guck du bist so schlecht Wie kann man nur so schlecht sein? Lassi it went through the shoe Wie kann man so schlecht sein? Oh my god Ah doch war doch schon drauf No it went through the side of the shoe It went under the shoe Das ist so schlecht Du kannst doch immer so klingen mit wenn der Kopf Ja hier dann mach ich mal mit Warum würdest du das denn machen wenn du Schiss davor hast? Hey ich hab doch keinen Schiss bist du dumm Ist das hier lebendig im Haus? Ja Ey aber Leo voll ruhig du weißt Ey der ist um Oma Ne Maus Ja Toni dann geh doch mal weg damit die in die Ecke läuft Und Teller die ist genau weg Wieso soll ich jetzt weg? Teller you know what get a glass Teller get a big glass Quick quick Leicht die Schublade mal rausziehen You have to watch the side Diese Maus muss da raus Ey das räumt sich Diese Maus muss da raus aus dem Haus Diese Maus muss da raus aus dem Haus Diese Maus muss da raus aus dem Haus Yeah Tyler Leslie Das ist eine Maus Aber das ist viel weiter nach hinten Das ist kein Dinosaurier Das musst du schon bringen Na doch das ist schon zu weit Wie groß war denn? Voll süß ich würde die mitnehmen Ich hab eine Schüssel Kannst du da rein Okay das geht seid ihr Aber take Vielleicht müssen wir We need to take it maybe Kann ich mal den Leo reinlassen? Ja Ach da sind noch mehr Mach mal Licht an Da kann man auch nicht Ey wir brauchen irgendwas zu essen Ja Käse Das stimmt Die Arme Was wollt ihr denn zu essen? Du bist so Ey Look See Du hättest es einfach nur packen müssen Hattest du was von drauf Ey I couldn't It went onto the shoe Hallo Gimme it Gimme it Hattest du verloren? Alter Genau deswegen wollte ich es nicht raus bringen Guck ich bin Heinze Ich wusste es ganz genau Ja die Maus hat schon nicht getötet Leo hättest es gemacht aber sie wollte es machen Kann man nicht diese Schubladen irgendwie raus holen? Ja Na klar kann man die raus holen Stimmt Ok Leute passt auf Ok Ok Pfeiler geh hier auf diese Seite Und dann Küchenhandtuch drüber schmeißen Ja Immer am besten Ja Antoni hat's Verkackt Ich bin so süß Lass mal Alex gucken Kippe Oh Oh Ey die ist so süß Ich bin so süß Ich bin so süß Ich bin so süß Die ist links in der Ecke Oh ich sehe sie Ok komm Sie kommt langsam Ich bin so süß 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 Schieb die doch mit den Stangen raus Schieb die doch mit den Stangen raus Du denkst echt du kannst die so fangen Nein Kannst du nicht Du hast sie mit einem Handtuch verkacken The tiếngles Ihr Il υ squeezing unter derhong Ja dann macht es Platz damit ich aufstehen kann Woaaaaah Einer hier tips Ja dann mach doch Platz Tyler, bist du fett oder was here is eine Vitrine wenn ich hinfliege ist die kaputt Tato, warum stehst du so ungünstig? Oh, weil ich gerade erst aufgestanden bin und du im Weg stehst. Tato, geh einfach. Ich geb euch gleich so ne Latsche. Tato, gib mir die Finger. Aber du denkst wirklich, dass du sie damit machen kannst? Danke. Nessie, ich bin bereit. Schatze, Mensch. Die Regeln hat die Zwinge. Das ist der gleiche Fall. Hoffentlich. Die Arme, die kriegt gleich Herzinfarkt. Du kriegst gleich Herzinfarkt. Die kriegen jetzt schon Herzinfarkt. Die kriegen jetzt schon Herzinfarkt. Kommt Toni, mach mal was. Wir versuchen es. Kommt jetzt, wenn es zu mir geht. Leer, leer, leer. Ich brauche es. Ich brauche es. Leer, leer, leer. Komm, leer. Was ist das, Leer? Ich brauche es nicht. Was ist das? Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Wo ist sie? Du bist so dumm. Du bist so dumm. Nein, lass es doch nicht. Warum versucht ihr das überhaupt, wenn ihr so gut weg springt? Macht doch Platz dann. Ich lasse es nicht mehr raus. Nein. Leer, leer, leer. Da, die ist schon weg. Okay, Leer. Die brauchen eine Schüssel. Keine Einfluss, Alter. Geht doch die Schüssel. Geht doch die Schüssel. Geht doch die Schüssel. Geht die Schüssel. Was? Die denken, was ist das ein Dinosaurier? Tony, warte. Da haben wir heute übrigens auch nicht viel, ne? Nein, aber Tony, warte. Tim, ich weiß nicht immer, ob ich jetzt rauskomme. Ja, genau. Ah! Tony, warte. Was ist das denn? Was ist das denn? Mach mal klar. Tony, Tim! Was hast du? Warte, ich hab's gleich. Geh mal den Zeppich. Gib den Zeppich, Tony. Tony, warte. Boah, ich seh'n Sie. Gib doch den Zeppich. Lass ihn zum Dreisdommer. Lass ihn mal. Aua, mein Gott. Lass ihn mal. 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 Nein, mach's nicht. Du kannst das nicht. Au. Meine Hose. Guck mal. Geht sie runter. Scheiße. Willst du die behalten? Ja. Applaus für die Zwillinge. Applaus, Applaus, Applaus. Was? Als wenn sie sie noch rausbringt. Sie haben dein ganze... Ne, also nicht warten. Die muss vorne raus. Ich dachte, du wolltest die behalten, Tony. Warte, bitte. Hände nehmen sie. Warte, ich komme. Lass ihn mal. Warte. Was habt ihr denn hier? Ich muss sie volllassen. Ja. Nein, nein, nein. Du lass ihn. Du rutsch auf, Tony. Du rutsch auf, Tony. Hände ich mir. 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 Was ist denn gleich alle ausgestattet sind? Wo ist sie? Opa hat sie. Und sie ist ja nicht offen. Achso, sie hat sie. Ah. Ach. Ach. Das ist doch eine, das ist ein Pferd. Was ist denn das? Das ist ein Häuserprozess hier. Auf dem Sinne des Grüns. Guck dir das an. Wie cool, mein Freund. Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Wie süß! Aber habt ihr gut gemacht? Der Wolfgang, der hat, der kriegt ein Herz. Weißt du noch mit Alex? Aha. Aber krass, dass der Chirina ein Pferd war. Boah, kennt ihr das vom Pferd? Sehge. Steh. QuatsApp. Haare hat er einer Menge genug gesagt, die in einem Pfung. Dannle interesse im Mil Untertitelung des ZDF, 2020